Yoga wie anfangen Ja, eine der Fragen, die mir gestellt wurden, Yoga wie anfangen. Mein Tipp wäre, fange Yoga mit Freude an, fange Yoga mit Enthusiasmus an oder einfach ganz gelassen. Oder fange Yoga einfach neugierig an. Wenn Du mit einer Einstellung der Neugier und des Loslassens, aber auch der Entspannung und des Vertrauens beginnst, wenn Du so mit Yoga anfängst, dann kann Yoga gut weitergehen. Ansonsten, wenn Du jetzt überlegst, wie fängst Du Yoga an praktisch, ja, dann kannst Du anfangen entweder mit Internet-Videos. Auf unseren Yoga-Vidya-Seiten gibt es zum Beispiel den Yoga-Anfänger-Kurs. Den findest Du auch in der Yoga-Vidya-App auf iTunes und im Android-Google-Play-Store. Noch besser ist es, Du fängst Yoga in einem Yoga-Kurs an, zum Beispiel in einem Yoga-Zentrum oder eben auch in Volkshochschulen, Fitnessstudios und so weiter. Adressen von Yoga-Lehrern und Lehrerinnen findest Du auf unserer Internetseite. Oder besonders schön ist auch Yoga anfangen an einem Yoga-Meditation-Einführungsseminar, zum Beispiel bei Yoga-Vidya. Da gibt es an jedem Wochenende ein Yoga-Meditation-Einführungsseminar in einem Yoga-Seminarhaus, auch Ashram genannt. Yoga-Vidya-Seminarhäuser gibt es im Allgäu, im Westerwald an der Nordsee und im Teutoburger Wald, also Bad Meinberg, wo ich jetzt gerade mich befinde. Und an einem Wochenende kannst Du gut anfangen, bekommst viele Tipps, wie Du zu Hause weitermachen kannst. Oder Du kannst auch Yoga anfangen in einer Yoga-Ferienwoche. Yoga-Ferienwoche gibt es auch in allen Yoga-Vidya-Ashrams, beginnen am Sonntag fünf Tage. Und dort hast Du wirklich dann gründlich Gelegenheit, Yoga in einer entspannten, optimalen Atmosphäre anzufangen, zu praktizieren und zu, ja, auszubauen. In diesem Sinne, fang einfach an und Du wirst sehen, Yoga tut gut.